Überall Kürbisse, dann ist es Kürbiszeit, dann ist es Kürbiszeit. Neues Lied. Scheiße. Hey Leute, willkommen zurück zu einer Runde. Aura. Boah, ich bin voll hell. Auf dem Minicraft Server. So. Äh, äh, der Zombie hatte eine lustige Idee, wo ich mir dachte, hier den Holz geschmolzen. Äh, ja, ähm, natürlich solltet ihr jetzt nicht auf seinen Kanal gehen und unter seinem Video schreiben, dass das doof ist. Auch wenn das so rüberkam, wenn ich das falsch ausformuliert habe. Ja, ja, wir haben das natürlich privat auch ein bisschen da geregelt quasi, ja, ja. Ähm, was wollte ich haben? Genau. Ich hab nämlich was vor, weil ja... Ah, haben wir ja hier. Genau. Kann ich den einfach so abbauen? Ja. Erstmal setzen wir den auf. Haha, ha, ha, ja. Ich hab die Textur entfernt, weil ich das nervig fand. Ich hoffe ihr versteht, was ich meine. Hier. Es ist ja Halloween. Und da muss man auch mal die Körbisse nehmen und, äh, bunt machen. Bunt machen vor allem, ja. Gut, Deutsch. Ich hab grad ernsthaft... Irgendwie ist die Farbe so ein bisschen kaputt. Äh, nehm ich mal das. Ah, da brauchen wir eine Spitzhaie. Ja, die ganze... Äh, Erde ist auch ein bisschen weg. Ist nicht so schön. Ne, ist nicht so schön. Kann man hübscher machen. Na, dritte Welt. Ah, die dritte Welt Körbisse. Ja. So, haben wir denn noch... Ich hab grad keine Ahnung, ob wir überhaupt noch Erde besitzen. So richtig. Nehme ich nochmal Körbiskerne. Ich muss aber relativ wenig ohne Erde, wenn das versteht. Äh, ne Hau haben wir auch noch. Doch, wir haben ne Hau. Ne Huhu. Ne Huhu. Heißt Hau? Nein. Das war was anderes, ne. Okay, es hat gewittert kurz. What. Ein bisschen dunkel hier, ne. We know fuck it, ja. Da hab ich das hier ein bisschen sehr dunkel. Das mag ich nicht. Gut, das haben wir. Da müssen einmal das weg und dann das da ran. Hm, das ist ja schon. Das und das. So, das wächst dann da ganz feini, feini. Ah, ganz ruhig. So, das könnte im Prinzip, kann man das ja wegnehmen. Weil... Quatsch, kann man gar nicht, weil da der Körbis drauf wächst. Ach Leute, was geht in meinen Gedanken vor. Da wächst der Körbis drauf. Nehmen wir den mal einmal ab. Da muss der Körbis auch drauf wachsen. Hier ist einer drauf gewachsen. Tuti, Tuti. Der bringt gar nichts da im Prinzip. Genau wie der hier. Dann machen wir mal den da ran, den da ran. Eine Erde nehmen wir nochmal mit. Und auch da ran. Das wächst, wächst, wächst. Gut. Das sollte so wachsen, ne? Haben wir denn... Was ist das für ein Holz? Akazie? Ich glaube Akazie. Ja, ist Akazie. Hätten Half Steps werden müssen eigentlich für die Optik. Aber naja. So, erstmal hier die Körbisfarm auffitten. Das kann da so schön ran. Das Bad. Das passt. Natürlich ne Fackel. Da möchte ich auch gerne Monster spawnen. So richtig bad. Da würde ich noch gerne was einsetzen. Machen wir das einfach mal da ran. So. Körbisse sollten da jetzt schon mal gut wachsen. Wachsmalstift, ne? Das coole an den Körbis auf dem Kopf ist... Guckt mal. Ich seh dich. Du bist scheiße. Das hat ihn aggressiv gemacht. Hat ihn verletzt. Hat ihn echt verletzt. Er ist traurig. Hallo? Entschuldigen Sie. Wir sind hier falsch. Zum Militär geht's woanders lang. Wir haben jetzt schon mal 10 Törbisse. Zack. Und schon haben wir auch Törbisslaternen. Uh. Spooky. Haha. Den nehmen wir mal weg. Körbissen. Ja. Dann schwebt das aber so hässlich. So. Hm. Hm. Wo könnten wir noch einen hinsetzen? Gut. Da hab ich halb, halb, halb. Halb, halb, halb. Hier hab ich. So. Schön überall Körbisse für das Feeling. Tja. Ist das nicht wunderschön, Leute? Der Spawn wird gekörbisst. Neues Wort hab ich eingeführt. Gekörbisst. Hm. Ja, ja. Da Körbis, Körbis, Körbis. Wo könnte man die noch verteilen? Das ist so ein... Wir bräuchten viel mehr Körbisse, um die überall zu verteilen. So. Wisst ihr, was ich meine? Der hat da schon Körbisse. Ah, ich kann nicht mehr rennen. Ich hab kein Essen. Könnte ich mir aber holen. Im Prinzip aus der Truhe. Aber... Mango. So. Hat niemand gesehen. Ist für den Körbis. Absicht. So. Überall Körbisse, dann ist es Körbis side. Dann ist es Körbis side. Neues Lied. Körbis side. Okay. Das schöne Körbisse. Halloween, Halloween, Halloween. Vielleicht viel schöner mit dem Körbissen. Da müsste noch irgendwie einer hin, ne? Ach, ich wollte Essen holen. Ich hab in meiner Borg Essen. In meiner Borg habe ich Essen. Hören wir das doch mal auch glatt hier raus. Durch da. Pam. Essen. Essen. Auch die leckere Hähnchen, ne? Ach, schade. Mann. Wenn man Bug usen, dann geht's nicht. Ähm. Ja, ja. Böse Bube. Steht da was Neues? Das Brett wird jeden Sonntag geleert. Danke. Zahnlücken sind gefixt. In meinem großen Baum, der Naturwunder. Nehmen wir mal, äh, hier. Nehmen wir mal hier, sonst schlägt er raus. Hm. Ich habe... Kürbis... Okay. Ich habe... Ich schreib mal englisch. Pumpkins. Und jetzt schreibe wirklich so richtig geil. Kürbisse. Das Ü gefällt mir nicht, deswegen. Ich habe Kürbis verteilt. Hallo, Wien. Full tool und so. Voll toll und so. Weil toll. Mr. Mouri. Gut. Haben wir das geklärt? Nein. Geh weg. Ed. Was ist mit Ed? Was will Ed von mir? Ich wollte immer noch nach dem Kürbis gucken, ob mittlerweile neue da sind. Kürbisse, Kürbisse, Kürbisse. Ich könnte im Prinzip doch Knochenmehl benutzen, oder? Um das ein bisschen flotter zu machen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich bin doch fucking, ja. Zack. Super, super schön. Richtig tolles Feeling, Leute. Oh ja, ich wollte mir hier noch ein paar halbe Slaps machen, hier so. Oh ja, wie ich die nie mal im Winter sehe. Ich bin so ein Bep. So. Ja, auch ein hin. Hallo? Wollte ich schon sagen, dass das nicht platziert wird, war ich schon traurig. Kürbisse, Kürbisse. So. Eindeutig mehr Kürbisse. Ich kann so nicht arbeiten. Ohne Kürbisse kann ich nicht arbeiten. Haben wir noch Fackeln? Nein, nicht mehr viele. Knochenmehl haben wir doch sicher irgendwo, ne? Wahrscheinlich hier in der Truhe. Wir haben kein Knochen mehr. Das kann nicht sein. Muss ein Bug sein. Vielleicht werden welche in der Mob-Kiste ein paar Knochen. Wäre geil. Lassen wir das mal da. Hallo, mein Kleiner. Auch keine Knochen. Hauptsache 100.000 Bögen, ne? Jetzt habe ich vergessen, mir ein Schwert mitzunehmen, ne? Baue ich mir halt eins. Hallo, Schwert. Heute, ich brauche Knochen. Komm mal her. Knochen, Knochen, Knochen. Ja. Und schon haben wir ganz viele Pfeile und Knochen. Hast du nicht gesehen. Geht kaputt. Komm, gib mir die Sachen. Gib mir die Sachen. Ich krieg die nicht, die Backen. Die Backen. Jetzt will ich dir die Backen. Oh, egal. Auch vielleicht, wenn mein Inventar voll ist. Vielleicht, wenn mein Inventar voll ist. So, den Apfel will ich aber mitnehmen. Opfern wir dafür mal das scheiß verrottete Fleisch. Gut, gut. Gut, 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 gut. Ich habe Knochen genommen, da. So, da haben wir Knochen. Knochen. Mehl. Knochen, Mehl. Knochen, Mehl. Wachs. Oh. Oh. Aber das können wir hier zum Wachsen bringen. Das ist doch positiv. Schade, dass wir das nicht ankurbeln können hier, ne? Bisschen, äh, schade. Äh, eine Fackel nochmal. Wechseln? Ja. Da bin ich noch ein bisschen, äh, verwirrt. Ein bisschen, äh, verwirrt, muss ich sagen. Äh, so ein bisschen. So, Kürbis haben wir jetzt so schön verteilt. Das muss ja, äh, das lassen wir da. Da ist der Mopfer. Machen wir mal da ein Kürbis. Einen Körb, kann da, bis, hä? So. Da hab ich schon mal ein paar Kürbisse verteilt. Aber noch nicht so viele, ne? Aber das machen wir in einer anderen Folge. Dann bauen wir hier weiter ein bisschen, und machen hier ein bisschen mehr Halloween-Stimmung, ne? Jetzt, wo Halloween ist, Happy Halloween. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von... Auri, Rari, Dari, Mari, Auri, Auri, Rari, Rari. Bist du, meine Freunde?